Ich hab mal den Schredder auf MKF geändert, gell? Dann schreddern wir ein bisschen schneller. Hi Nita Toko, hallo! Ah ne, mittlerweile heißen die Echsenhunde, oder wat? Echsenhunde? Mittlerweile hat ne Echsenhunde, ok. Ok, hallo du Echsenhund. Ist der Toko fand ich lustig. Na Echshund. Na Echshund. Achso, das Gummi hab ich vergessen. Gummi, Gummi, Gummi. Erstmal schön viel Schreddern, gell, Patrick? Ja. Erstmal sch... Ich würd auch sagen, Patrick, dass ich keine Überlegung habe. Ja. Wie wärs mit dem, wenn wir das ganze System hier, was im Lage ist, einfach in die Mitte versetzen? Wer, 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 wer hätt? Ey, wo es alles noch reingeführt wird, dass wir es einfach in die Mitte versetzen. Ähm... Ja, hatte ich mir auch schon überlegt, dass wir das auch in die Mitte versetzen können. Weil das stört ja voll nur, weißt du? Aber wir brauchen auch noch den einen Ausgang, um halt die Schredder einzuschließen, ne? Ja, können wir ja überlegen, wie wir das machen, oder? Ich hab's ja nur gesagt. Nee, kannst du auch gerne anfragen, kein Problem. Ich dachte mir nur so. Ist mir gerade in den Kopf gefahren, weil ich gerade am Lagersystem war. Na, die sind noch rot alle. Die haben doch gar kein Wasser hier. So, die sind hier angestoßen. Wehe, kein Wasser. Alles gut, alles gut. Boah, unser Netz schwankt ganz schön, gar. Das tut dem Herzen weh. Ja, aber solange die Batterien nicht als angekratzt werden. Ja, aber schwankt wie so ein... Irrer. Wir produzieren im Moment noch 100 Megawatt mehr, als wir brauchen. Echt? Mhm. Cool, Patrick. Ja. Ah, Jesus. Ah, Wasserpumpe. Hallo. Und ich will ja gleich noch einen Treibstoffgenerator bauen. Die brauchen erstmal Treibstoff, oder? Zu dem. Ich hoffe, dass ich da einfach so eine Pumpe dran anschließen kann. Wenn nicht, müssen wir sehen. Wobei noch Gummi. Du brauchst, du musst das zu Treibstoff verarbeiten, gell? Ich will erstmal ausprobieren. Vielleicht geht das ja auch mit dem schweren Raum. Eigentlich nicht, soweit ich weiß. Bin ja da. Moin, Michael. Du hast so viel Müll in meinem Tag. Das ist normal. Das braucht man auch irgendwie alles, oder? Ich bin mal nicht... Leider. Aber Spiele, wo du nicht dein Inventar vollmüllst, sind eigentlich immer die Spiele, wo du kaum Möglichkeiten hast. So, okay. Ich weine jetzt dieses Ding zurück. Das triggert mich gerade ein bisschen. Äh, oh man. Wie sieht man... Ich wollte 100 Stahlträger holen. Bin ich heute doof? Nur heute? Hey, sag nichts. Nichts? Dein Ernst? Mache du, was man mir sagt. Ach so, okay. Das darf man vielleicht auch tun, gell? 200. Gut, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Wer hat recht? Ich? Du? Keiner? Ich hab recht. Immer. Ich bin... Ich hab's deshalb wie studiert, Patrick. Das haben wir schon erklärt. Ja, stimmt, stimmt. Es ist 7. Rohr dran. Jetzt kommt noch Strom dran. Strom, 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 Strom. Gib mal Strom. Gib mal. Gib mal Strom. Ach so, ich... Das wird so nix. Ist aber egal. Ist ja nur zum Testen. Äh. Gib nicht Strom. Gib ihm Strom. So, Pumpe läuft. Kommst du? Kommst du? Geht Rohöl oder geht Rohöl nicht? Nein. Habe ich recht? Ja, du hattest recht. Ich hab gesagt, ich hab's jetzt irgendwie studiert. Ich hab's jetzt irgendwie studiert. Ich hab's jetzt schon 10.000 Mal gesagt, dass ich das irgendwie studiert habe. Okay. Also... Kann ich da jetzt das... Kann ich da jetzt das Rohöl anschließen? Also, dass das die Reste Öl anschließen? Muss testen. Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist schon nicht... So, dann machen wir das Ding mal da hin. Egal. Ich weiß, das ist da nicht, Patrick. Geht das? Ich hab's jetzt irgendwie studiert. Das hab ich ja schon 10.000 Mal gesagt. Also, muss ich jetzt erstmal eine Raffinerie... Ja. Das Ding herstellen lassen. Man muss es praktisch bearbeiten, ne? Oho. Ich will's trotzdem mehr rein kriegen. So, dann einmal eine... Eine Raffinerie. Dann... Ja. Dann einmal da Strom, einmal da Strom. Und du produzierst mir dann mal... Hä? Warum kann ich... Rauke. Hä? Reibstoff und Polymer. Und dann kommt trotzdem noch Öl raus. Hä? Gibt das Sinn? Verstehe ich gerade nicht so ganz. Was kann ich da mit Polymer anfangen? Äh, das kannst du einfach schreddern. Später brauchen wir das in Maßen, aber... Das kannst du jetzt erstmal schreddern. Äh, ja, dann kann ich auch einfach den... Treibstoff herstellen. Oder? Du kannst es erstmal schreddern, würdest du sagen. Das wird schreddern. Muss ja noch nicht einen Schredder hinstellen. So, und dann brauch ich meinen Treibstoffgenerator, den ich da hinten vergessen. Hör mal, das packt voll rum. Krass, krass. Was packt rum? Ey, wenn du die Dinger so nah brauchst, dann... Wenn dein Name rechts leidest, Alter, das sieht voll geil. Huuuuhu. So, und dann der treibstoffgenerator. Unser Ding kommt zurück. Hohoho. Na, endlich kann ich meine Computer loswerden, weißt du? Ist das jetzt eingestellt oder nicht? Achso, ah, der will jetzt aus Roh... Ah, okay, ich hab schon wieder Scheiße gebaut. Jetzt hab ich's kapiert. Ich kann jetzt aus Rohöl rückständen, kann ich das. Und das andere würde ich aus... Polymer bleibt übrig, wenn ich, äh... Äh, äh... Auch rein. Das Boden zu geil, was? Ja, hat er gerade gesagt. Boden zu geil. Ja. Ja, ja. So, aus Rest... Nee, ich hab den... Das Ding, was ich anschließen wollte, ging nicht so, wie es sollte. So, und jetzt müsste... Jetzt müsste es theoretisch funktionieren. Funktionieren. Das sind doch Rohölrückstände. Und da bin ich schon wieder zu blöd. Rohölrückstände. Und darin ist... Rohölrückstände. Hab ich... Na, ich hab's heute schon mal angeschlossen. Natürlich. Das sind die kleinen Fehler, gell? Die immer alles versauen. Ja. Ah, Eva, kannst du mir auch mit mir mitzusprechen? Das ist immer ein bisschen nervig, gell? Ja, mit mir redet sie gerade gar nicht. Ich mag sie nicht. So, dann nochmal. Rohr. Rohr. Ich mag sie nicht, junger Gott, Patrick. Rohr. Rohr. Das Rohr, 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 was? Ja, ich muss hier Rohr verlegen. Der Amstallbeste. Und dann... Das... Sagen Sie dazu. Ja, das wird Treibstoff generiert. Wow. Cool. Arbeitest du jetzt? Arbeitest du? Arbeitest du? Es arbeitet. Oh, da läuft. Nein, zu funzen. 150 Megawatt. Coole Sache. Das ist gar nicht mal uncool. Und das aus den Resten, nachdem ich Gummi draus gemacht hab. Ein schlecht, ein schlecht. Das hat er recycelt, weißt du. Und zu Stromenergie. So. Und wird halt recycelt. So. Ein paar Platinchen mitnehmen. Ah, Platinchen mitnehmen. Ja, ist klar. Ich kann euch das jetzt auch da hinten anschließen, aber keine Lust gerade. War eine Kunststücke. Hm. Oh, ich muss... Also um die Ecke muss ich mich irgendwann mal kümmern. Die sieht im Moment noch so beschissen aus. Alles dahin geklatscht, wo es gerade hinpasst. Also irgendwas stimmt mit meinem Chat heute. Warum? Schreibt keiner. Ne, ne, ne. Ich krieg alles gezeigt, dass einer schreibt. Und dann ist es aber schon wieder weg. Bevor ich es überhaupt... ...kann es jetzt. Wie wird eigentlich Turbotrad wieder rein, oder? Ne. Ja, Turbotrad. Ne, aber er ist nicht am Lager angeschlossen, ne? Also er wird noch nicht zu uns geführt, oder? Warte. Ne. Wie ist er? Wir haben uns kümmern, gell? Aber das machen wir privat, also. Ja. Weiß ich nicht, wie wir uns genau machen können. Ja, wird schon irgendwie. Ich würde auch immer noch gerne die Produktion, die... ...deine... ...wie heißen sie? Deine... ...äh... ...Stahlplatten... ...oder Eisenplatten... ...äh, verstärkten Eisenplatten und die Rotoren würde ich auch eigentlich gerne nach oben versetzen. Macht doch. Ja, irgendwann auch mal offline. Weil du hast es ja schon mal gebaut. Ja, klar. Ja, ich weiß, Patrick. Ich weiß, dass ich es schon mal gebaut habe. Echt? Ist dir das aufgefallen? Ne, weißt du? Ist das nicht ein geistiger Umnachtung gemacht? Was? Weißt du es nicht? Ne. Okay. Ich werde alt. Äh, ein Schräubchen wollte ich noch mitnehmen. Zu alt für diese Welt. Willst du nicht wissen? Im Ernst? Ja. Meint wohl er ernst. Achso, ich wollte... Hast du noch einen Spatzpuffer? Äh... Nö. Das musst du ja dabei erstellen. Rotoren, 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 rotoren. Ist aber eigentlich lustig. Statt, dass ich die Sachen da reinschmeiße, damit der sie wegsortieren kann, mache ich es doch selbst. Aber ich finde, das Lager ist schon ganz cool geworden bis jetzt. Ist noch ein Fehler. Ist nicht genügend. Quadrant, 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 Quadrant. Ja, ich will noch ein bisschen ausbessern, das Lager. Ich will was ausprobieren. Es soll jetzt nicht so bleiben, ich will es nochmal testen. Rotieren, rotieren, rotieren. Na, und dann machen wir wieder eins Platz. Ungefähr zumindest. Ja, und dann wäre das da. Ja, von mir ist dann eben so. Ist nur zum Testen, nicht aufregen, dass ich so Kabel durch die Gegend ziehe, ne? Oh. Hat was? Guck mal. Ich bin gerade nicht da, warte ich komme. Bin gerade hin beim Kohle, Graf, höch. Mhm. Braucht ein bisschen Kohle. Dann könnte ich doch, haben wir die schon? Ne, die Fundamente haben wir noch nicht, ne? Die Fundamente, die durchsichtigen, die durchsichtigen Fundamente. Ne, die kosten uns aber auch 10 Tickets, Patrick, genau. Schade. Darfst du auch wieder abreißen, wenn du da, äh, wenn du es gesehen hast. Oh, äh, jetzt haben wir noch die Zuschauer extra Wünsche. Was denn? Jetzt hab ich Pam, Pam, was denn hier los anmachen? Sogar. Ich bin mitten im Stream, also bitte. Das sind die Wünsche von meinen Zuschauern. Ich muss gleich mal eingehen. Wo bist denn du jetzt, Patrick? Ich bin hinten bei der Produktion. Ich wollte da mal reingucken. Ja, wo ist denn jetzt das Gerät, was du aufgebaut hast? Ja, das, was ich aufgebaut habe, ist im Lager. Im Lager. Oh, man hört dich gar nicht. Wie, man hört dich gar nicht? Man hört dich gar nicht, peinlich. Mich? Ja. So leise. Ne, du hast komplett stumm geschaltet. Äh? Du hast den OBS komplett stumm geschaltet. Hä? Ich hatte dich auszusehen, also, die war wahrscheinlich von gestern an die Einschätzung, dass ich komplett runtergezogen habe. Warum tust du sowas? Keine Ahnung. Weil ich gestern im Stream doch war. Warum tust du denn sowas? Jetzt werde ich auch mal zum ersten Mal Patrick. Hallo. Ich bin der Geist der vergangenen Weihnachten. Na, wo bleibst du denn, Kater? Ja, wo bist du überhaupt? Vor am Lager. Er wollte ja Jahre, bis er hier ankommt. Wo bist du? Vor am Lager. Hey. Als du nochmal fragst, vor am Lager. Ach so, oben. Ja. Ich gucke die ganze Zeit unten. Nicht an der Logistik, sondern vorm Lager. Da ist ja der Kater. Wie schon gesagt, die Kabel sind nur zum Testen gewesen. Ich wollte mal gucken, wie das insgesamt aussieht. Oder? Hat was. Oder doof. Ne, geht doch voll. Also, wenn wir mal genug Strom haben, können wir das so bringen. Finde ich. Ja, auf jeden Fall, klar. Dann löscht aus. So. Dann gucke ich das nochmal, ob ich noch was mit den Generatoren da unten machen kann. Das Exoskelett regt mich so auf in den Teilen. Übrigens, es tut mir leid, dass ich in der letzten Folge falsche Informationen rausgegeben habe. Was für falsche Informationen? Das Exoskelett macht dir weniger Schaden. Ah. Hatte ich doch eigentlich. Tut mir leid, dass ich da falsche Informationen rausgehauen habe. Ich habe mich mal informiert darüber. Weil mir das so ein bisschen aufgefallen ist, weißt du? Also, es tut mir sehr leid. Ah, es soll dir verziehen sein. Ja, so. Na, falsch kam. Äh, Baumodus? So, jetzt glaube ich einfacher. Oh, da nochmal hinterziehen. Ey, ich werde so ein O-Barm von Pan Pan was hier loskriegen. Ja, du? Ja, definitiv. Ey, warum hat das nicht geklappt? Oh, das lebt. Damit kann ich leben. Ähm, was mache ich dann jetzt? Mit der Mitte? Lauter, was für lauter. Am Ende hat er den Patrick nicht mehr, weißt du? Ja, das ist wahrscheinlich der Grunde von der ganzen Sache. Die wollen ich nicht haben, weißt du? Ja, das ist bestimmt das Problem. Äh. Hast du mal Lust, dein Leben zu opfern? Für die Wissenschaft? Fähig, okay. Ja. Wo war's denn? Wo war's denn? Achso. Ähm, habt ihr eine Eingrufe? Oh, ja. Gut. Okay, mir hat gerade ein, ein Krilli irgendwas geschrieben. Keine Ahnung, was, was das bedeutet. Was soll ich einmal Leben opfern? Ja, für die Wissenschaft, wie schon gesagt. Einmal in den Heimbaldusspringen. Gucken, ob das so passt. Du bist ein, ein Kohlekraftwerk. Ähm, ja. Ich hab mir das Dach ein bisschen weitergebaut. Weiß nur nicht, ob ich jetzt dein, deine Konstruktion nicht kaputt habe. gemacht habe. Ah. Wenn du mich aufhebst, dann opfer ich mal Leben. Natürlich, natürlich heb ich dich auf. Weil ich hab grad volle Seminar. Hab grad ein bisschen Turbo, grad ein bisschen Spefehl geholt, weißt du? Hm. Ah. Ne? Oh, das ist noch so voll ohne Aufreißig, Alter. Oh, klar. Warte. Ehe, unsere Produktion von verstärkten Eisenblatt müssen wir auch mal besser bauen. Hm. So, Patrick, bist du bereit? Ja. Oh, bitte, Patrick. Also, entweder falle ich jetzt zum Tod oder... Da fliegt er. Katafliek. Katafliek. Ne. Lass es aber überleben. Okay, das muss ich also weglassen. Also müssen da zwei Löcher drin bleiben. Dann kann es so bleiben. Soll ich nochmal mein Leben auffangen? Ja. Dann kann ich das hier... Äh, ich muss das sowieso noch größer bauen. Mir gefällt... Ach, ich, Patrick. Für dich. Nee, es geht in meiner Audios und gibt nur Probleme mit YouTube. Hä? Wie Problem mit YouTube? Aber wenn ich jetzt eine andere Lieder mache. Ach so. Dann gibt es nur Probleme mit YouTube. Bereit, Patrick? Ja, bereit. Ja, 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 ja. Aber auf einen Millimeter. Ja. Perfekt. Gut. Bitteschön. Dankeschön. Pum. Dann würde ich hier... So, ich muss jetzt erstmal eine sitzen, damit ich überhaupt höher bauen kann. Noch sieben Minuten. Dann würden wir ein anderes Spiel spielen. Ja. Äh, äh. Bin nicht runtergefallen. Eine kleine Runde thriften. Driften? Wir müssten auch in der nächsten Folge mal Züge anbringen. Äh, äh, Autos. Weil Schwefel muss zu uns transportieren. Ich hab keinen Bock, der Feuer der Bänder zu ziehen. Ja. Können wir machen. Ich hätte es gerne halt, weißt du? Hm. Pum. Ja, ich bin gerade nur am grünen. Ach ja, Mist. Jetzt komme ich hier gar nicht mehr hoch. Verdammt. Tadam. So. Ah, pah, pah, pah. Ja. Noch zwei. Okay, mehr davon ist auch wieder gescheuert. Äh. Dann würde ich sagen, normale Wände. Hm. Das ist aber gut dann. Was überhaupt? Nein. Nee, ich muss das zu einem fetten Schlot machen. Weil die so nah aneinander stehen. Nies. Ich muss erst mal von weitem angucken, bevor ich das jetzt weiterbaue. Toll. Ja. Äh. 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 Der ist bestimmt zuhause voll ab. Ja natürlich. Warum sind eigentlich in jedem Spiel Dächer so schwierig? Dachdecker ist anscheinend kein einfacher Beruf. Liebe Zuschauer, wir hätten niemals Dachdecker. Ja. Okay, lass mich durch. Das Lager ist das erste Gebäude, was jetzt ein wirkliches Dach hat. Ja. Aber es sieht schon besser aus mit diesem Mitteldach, finde ich. Noch nicht perfekt, aber es sieht besser aus, finde ich. Es wird so klotzig, wenn ich das so baue, wie ich das jetzt gerade vorhabe. Muss ich glaube ich ein bisschen rumprobieren. So. Wie viele Minuten hast du noch? Zwei. Drei. Also es ist gleich so, ob wir vielleicht aufhören. Ja gut. Ich bin schon mal im Hub wieder. Dann erwarte ich sie hier gerade. Ja klar. Ja. Noch 100 Schwefels. Oh Gott. Achso, bist du schon da? Ne. Achso. War das noch da? Wir haben die Schwefels zusammenkriegen. Dann mach. Schneller. Sag das der Produktion. Noch einen brauche ich. Aber 900 Megawatt ist schon cool. Das ist alles nur mit einem Kraftwerk da hinten nochmal. Ist voll cool. Ähm. Zu viel Müll, weißt du? Hm. Ach egal. Dann nimmst du die Suchkammer. Ja. Hab ich. Äh. Kohle. Ja. So. Machst du heute? Ähm. Die. Entgrüßung. Die Entgrüßung. Ja. Was nennt man? Verabschiedung. Verabschiedung halt. Machst du die heute? Ja. Von mir. Dann. Sag ich mal. Danke fürs Zusehen. Und. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, Mia. Ciao, Mia.